Imirante Spirits ist jetzt hineingegangen. Alle sind in Position und da ist der Start erfolgt zum fünften Rennen, den Preis von German Toad. Novi Sofer Boddison strebt gleich an die Spitze vor Clever Man. An der Außenseite dann auch in vorderer Linie gleich Emirati Spirit. Emirati Spirit, der Favorit, lässt sich da auf gar nichts ein. Und der Stefanie Hofer geht gleich an die Spitze, außen Samir in zweiter Position. Dann sieht man Fiorella, ganz an der jenen Seite auch Novi Sofer Boddison. Das ist die Vierergruppe vorneweg vor Clever Man. So sind die Pferde gleich im Einlauf unter der Führung von Emirati Spirit. Emirati Spirit ist vorne, Samir an der Außenseite ist zur Stelle. Dahinter dann das Duo bestehend aus Novi Sofer Boddison und Fiorella. Die Pferde auf den letzten 600 Metern an der Außenseite, da ist unverändert Emirati Spirit vorne. Emirati Spirit, jetzt wird Novi Sofer Boddison gebracht, außen daneben. Und ganz an der Außenseite auch Samir. Samir jetzt vier Pferde in Linie. Samir mit Emirati Spirit und Fiorella mit an der Innenseite. Auch Novi Sofer Boddison, Fiorella. Fiorella an der Außenseite, Samir. Samir, Fiorella und Novi Sofer Boddison. Drei Pferde sind es jetzt noch. Samir, Samir mit Fiorella und Novi Sofer Boddison. Dann an der Außenseite, aber Samir im Vorteil vor Fiorella. Die kämpft Samir mit Fiorella. Fiorella, Fiorella streckt sich. Und Novi Sofer Boddison daneben, dann aber Fiorella, Fiorella, Fiorella gewinnt vor Samir. Und Novi Sofer Boddison. Dahinter dann Tindoretto auf dem vierten Platz vor. Innen Faliandoro. Dahinter dann Emirati Spirit vor Presence. Dann Wise Wit vor an der Innenseite So Nice. Und dahinter dann Starring Guest mit Cleverman und Belmondo. Das Duo bestehend aus Novi Sofer Boddison und Fiorella. Die Pferde auf den letzten 600 Metern. An der Außenseite, da ist unverändert Emirati Spirit vorne. Emirati Spirit, jetzt wird Novi Sofer Boddison gebracht. Außen daneben. Und ganz an der Außenseite auch Samir. Samir, jetzt vier Pferde in Linie. Samir mit Emirati Spirit und Fiorella mit einem eigenen Tod. Der lauftet 284. Da sind die Pferde, zwei Fiorella, acht Samir und vier Novits of Boddison. Auf der Sandbahn vor der Tribüne, da sehen wir die vorläufige Siegerin. Das ist mit der Programm Nummer zwei Fiorella, eine Itzlingerin. Ferdinand Levis, der Trainer, Ederferdestadt Warendorf in Ostwestfalen. Und im Sattel der Mann, der den Amateurstatus an den Nagel gehängt hat. Und jetzt als Auszubildender tätig ist am Quartier von Henk Grewe. Robin Weber. Und jetzt als Auszubildender tätig ist am Quartier von Henk Grewe. Und jetzt als Auszubildender tätig ist am Quartier. Und jetzt als Auszubildender tätig ist am Quartier von Henk Grewe. Untertitelung des ZDF, 2020